Yo YouTube, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Und zwar geht es in diesem Video darum, dass wir unseren Alltag vorstellen. Es wird eine Videoreihe werden. Einmal von Daniel gezeigt, wie sein Alltag ist. Hör ich ein bisschen mehr erzählen darüber dann. Dann einmal von Robin, wie sein Alltag ist. Und ich nehme euch die Woche auch mit auf diverse Termine. Zeig euch den Alltag mal, wie es bei uns eigentlich aussieht, wie es bei uns läuft. Und es ist nicht typisch Anfang mit Traveller-Vlog, dass ich zeige, wie ich mein Brot schmiere, wie ich meine Bettdecke wegmache und morgens duschen gehe. Das will auch keiner sehen. Ne, ich würde euch schon Sachen zeigen, die unseren Job betreffen und wünsche euch dabei viel Spaß auf jeden Fall. Mein Alltag fängt damit in der Regel an. Klar, duschen, frühstücken. Logischerweise habe ich das nicht viel schon gesagt. Sondern ich gucke einmal in meinen Kalender rein auf mein Handy und checke ab, was ich eigentlich für Termine heute alles habe. Und wen ich anrufen muss und was heute alles abgeht eigentlich in sich und was die Woche abgeht immer generell. Ich habe heute einen Kundentermin, heute Mittag. Dann muss ich heute noch Thumbnails machen für Instagram-Upload. Ich muss noch ein Video schneiden. Und zwei, drei Meetings habe ich auch noch, ja, habe ich gerade nachgeschaut. Und ja, ich wünsche mir viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Und zwar störe ich mir jetzt an, einen Thumbnails machen für unseren Instagram-Upload. Da wir alle Image-Filme und Videos immer als reieres da posten, unsere Social Media brauchen wir einen Thumbnail. Als Beispiel wäre dran, die Woche jetzt für morgen, morgen, Dienstag, ja, Sabo Vintage einmal hoch kann Videos Clip, dann ein Highlight daraus noch mal ziehen und den kompletten Image-Filme hochzuladen als reieres da so. Dazu muss dann ein Thumbnail gestellt werden, das mache ich persönlich mache das in Illustrator, habe drei Artboards vorbereitet, schon länger. Darum mache ich das. Manchmal in Photoshop kann jeder machen, wenn man will, oder in meiner App auch auf dem Handy. Ich mache das in Illustrator, ist mir am einfachsten und am besten mit klar. Aber gleichzeitig, also danach muss ich noch, um drei Artboards zu haben, brauchen wir drei Sachen immer, ne. Und ich will ja drei Videos hochladen immer und nicht zwei Bilder und ein Video, weil ich nehme die Grafen, suche ein Ding her, außer ich habe einen Fotoshooter und halt drei Bilder, ne. Aber an sich ziehe ich mir immer einen kompletten Image-Film runter, machen wir das als erstes Video, dann nochmal das Hochgang-Clip, wenn wir haben davon und auch einmal ein Highlight daraus ziehen aus dem Image-Film, um Highlight nochmal zu haben für das 3-Erasse da. Und das teile ich einfach mal jetzt und ihr könnt zugucken, wie ich das halt... und ihr könnt. So Leute, und da wollte ich euch einmal gezeigt haben, was für andere Videografen in die Hand ist, keine Ahnung, für andere Firmen, für andere, die zuschauen, und zwar, Sekunde, und zwar arbeiten wir mit HiDrive, da wir lange eine Lösung gesucht haben, womit wir was hochladen können, Kunden zuschicken können, uns untereinander zuschicken können auch, wo kein, oder bei dem kein Qualitätsverlust ist, wie bei Drive, oder meiner Meinung nach Retransfer irgendwo, oder Dropbox, ist uns auch nicht gefallen, da wollte man eine Cloud haben, womit wir auch Dokumente haben können, wo wir ein System haben können, womit wir remote arbeiten können, und wir seht natürlich gerade ein paar Sachen hoch, und zwar ist einmal der HiDrive bei uns, der hat uns dafür entschieden, da wir hier alles, Dokumente haben können, Ordnung, und wie ihr seht, haben wir teilweise, bei Kunden haben wir 62GB, und das waren mal doppelt dreifache, ähm, da bei uns Material halt teilweise, äh, riesengroß ist, teilweise haben wir, ähm, Dateien pro Material, das ist 40GB, groß, von Musikvideo, oder 50GB von Imagefilm, und das schicken wir alles teilweise hin und her, da wir remote arbeiten, ähm, praktisch, wenn wir uns aufteilen, ich schicke Robin was davon zu, ich schicke Daniel was davon zu, als Beispiel, jetzt Daniel schickt mir das Video wieder zu, ich gucke drüber, ähm, das sind riesige Teilmengen, und wir wollen dann keinen Qualitätsverlust haben, logischerweise, und deswegen haben wir uns entschieden, für HiDrive, kosten eh viel, nutzen viele im Business-Bereich, größere Firmen auch, ähm, ist von Aionis, kann ich nur empfehlen, würde ich auch empfehlen, ähm, ja, ist einmal dazu, dann, wie ihr gesehen habt, habe ich hier, ähm, die Thumblips erstellt, das ist ganz easy, ich habe das alles vorbereitet, schon logischerweise, ne, also, am Anfang muss ich ja die Artboards erstellen, ist nicht schwer, da wir mit Dolby Cloud arbeiten, macht drei Artboards, da wir, ähm, Reels hochladen, macht es einfach, immer, 1920, 1080, 1920, so rum, weil das ein neues Hochkant ist, so, dann macht ihr es ein bisschen mittig hier, weil das hier oben sieht man im Real-Raster, zwar, aber nicht im normalen Raster, dann macht das mittiger, hab dann schon zwei Raster exportiert, die Artboards, ähm, ja, dann habe ich einmal, der Film war, das habe ich ja fertig gemacht, schon längst, ähm, Image-Film, und, ähm, da habe ich einfach nur so einen fertigen Film hier, habe ich einfach nur mit ein paar Clips genommen, ähm, und zwar einen Anfangs-Clip habe ich hier genommen, wie ihr gesehen habt, diesen ersten Clip hier, äh, damit, wie ich praktisch schon Highlight habe, dann einmal, habe ich es Hochkant, habe ich noch hier, das laden wir dann auch einmal hoch, als normales Real, ähm, und, den Clip-Image-Film, der ist ja schon oben auf der Cloud, ähm, nehmen wir dann als drittes, ähm, Raster-Video, damit man sieht, damit man sieht, was für etwas, wie der Computer-Film aussieht. Ja, das erstmal dazu, wenn man genauer dazu ein Video sehen will, kann ich es nochmal zeigen, auf jeden Fall nochmal in genaueren Videos, ähm, ich glaube, so fürs Erste ist ganz interessant mal grob sehen, wie wir das machen, oder wie ich das hier mache, Daniel macht ja YouTube-Videos, das Ding ist vom Schneiden her, ihr werdet bei mir sehen, wie ich schneide, ihr werdet bei Daniel sehen, wie er schneidet, vom Ding her schneidet jeder komplett, vielleicht aber viel schneiden anders, weil, ich mache das, als Begrenzbeispiel, ich mache das hier groß, alles so, ja, und er macht das, zeig es euch mal, ja, er, er macht das so alles ganz klein, ich mache alles ganz groß, und wir haben alle unseren eigenen, wir haben alle unsere eigenen Prozesse dafür, und deswegen wird er zeigen, wie er das alles macht. Alright, dann sehen wir uns gleich, vielleicht woanders, beim Kunden, beim Telefonat, ich weiß es nicht, Papierrolls, mal sehen, bis gleich. Ja, was geht? Was geht ab, Alter? Lange nicht gesehen, wie geht's? Heute mit Chris unterwegs, weil ich mich eine Woche mit, und dann sehen sie auch im Vlog, wir gehen jetzt zu einem Geschäftstermin, ähm, ich frage den Kunden, ob wir da filmen dürfen oder nicht, ähm, mal schauen. Wie ihr gesehen habt, habe ich gerade einen, ähm, Robin begrüßt, wir gehen zu einem, ähm, Geschäftstermin heute, ähm, ob ich da filmen darf, weiß ich noch nicht, frag einfach mal, weil ich nehme mich ja eine Woche mit, ähm, wir finden uns gerade in Bad Orb, scheiß Wetterleiter, ähm, ähm, ja, sehen wir uns, würde ich sagen, ähm, ähm, entweder gleich beim Geschäftstermin nehme ich noch ein bisschen mit, ähm, mal schauen, ich mich ja, wie gesagt, die ganze Woche einfach mit, und, ähm, bis gleich. Und zwar willkommen zurück, wir sind jetzt in Bad Orb, in der Relation von Rolf Baumgarten, wir haben ein paar Sachen vorgesprochen mit ihm, die ihr vielleicht in den nächsten Moment sehen werdet, vielleicht auch nicht, mal gucken, ist noch eine kleine Überraschung, werdet ihr vielleicht sehen, seid gespannt darauf, ähm, immer noch ein paar Videos gedreht, und zwar einmal mit Robin, wie ihr arbeitet und wie ihm KI hilft im, ähm, Fotobereich, und ich werde euch, ähm, nicht unbedingt zeigen in dem Video wie ich schneide, weil das zeige ich euch in dem nächsten Video schon sehr, und so Drehorte, ähm, seht ihr in dem Video auch nicht, leider, da wir ja für jeden Dreh ein extra Behind-the-Scenes-Vlog aufnehmen, und da wäre es sehr überflüssig, wenn ihr hier das Nebenvideo vom Rennteam seht, und nochmal extra Rennteam-Vlog habt, wie mit dem Image-Film und so weiter, ähm, jetzt zeige ich euch kurz, wo Robin heute, ähm, seine Videos gemacht hat, seine Videos, sein, ähm, sein Behind-the-Scenes, und den kleinen MacBook-Arbeit Robin immer, ich würde am Mac niemals arbeiten, weil ich, also niemals, keine Ahnung davon, keine Ahnung, kein Plan, und hier drüben, unser kleines Ausstandsmaterial, die Mikrofon-Sachen, und das mega cool finde, ist, was heute der Ralf gezeigt hat, und zwar, warte mal, und zwar diese ultimativ coole Kamera, finde ich, und zwar einmal von Zeiss, ich weiß nicht, wie alt ist, Ralf, wie alt ist die Kamera, weißt du das? 60 Jahre, 60 Jahre, 60 Jahre, 60 Jahre alte Kamera, und 70 Jahre alt ungefähr, und ich bin ehrlich, ich hab da, das einmal, was ich erkenne, ist, wo man durchguckt hier oben, wo man den Blitzschuh drauf macht, davon habe ich keine Ahnung, und hier, einmal die Blende, davon der Rest habe ich gar keine Ahnung, und ich finde das Ding einfach ultimativ geil, weil das heißt, eine richtig gute Firma ist, meiner Meinung, und, das alte Gerät, hast auch nochmal gezeigt, aha, hier check ich auch nur die Hälfte, aber, und eine sehr alte Kamera, und hier schlägt man über die Blende ein, und, das ist einfach faszinierend, das ist für mich, ähm, gefühlt antik, ich war seit längst, ich war nicht mal in der Planung, als die Kamera rauskam, wie die meisten Videos wahrscheinlich sehen gerade, aber wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich es richtig cool finde, ich würde sagen, hiermit beende ich auch den Vlog hier, weil, wie gesagt, warum sollte ich Behind the Scenes von den Dresden einbauen, wenn es dazu immer ein extra Video gibt, ich wollte einfach mal zeigen, was abseits von Behind the Scenes passiert, wie zum Beispiel das, ähm, das Discord-Meeting, ähm, wie zum Beispiel, ähm, wie ich was vorbereite, wie ich Thumbnail für Instagram gemacht habe, ähm, wie wir jetzt, ähm, wo wir jetzt gerade sind, das sind Sachen, die seht ihr ja in diesen Behind the Scenes Vlogs nie, da im Behind the Scenes seht ihr ja nur, wie ich hinfahre irgendwo hin, und wie ich dann da drehe und aufnehme, aber was außenrum alles passiert, in Planung, wie ich spreche, dass ich bei Hockenheimring, diese ganze Planung hier steckt, dass ich mich zu Race Control melden musste, dass ich mit den Verallscherner reden musste, das ist ja alles Sachen, die sieht man in den Vlogs vor Ort nicht, das wollte ich damit einfach mal zeigen, und hoffe, dass euch das gefallen, und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wo immer ihr seid, ähm, und, run out!